So. Das ist der Mitesserentferner. Packen wir den aus. Okay. Der ist schon an. Sprachanleitung ist dabei. Auf mehreren Sprachen. Nee, Englisch. Englisch. Nur auf Englisch. Okay. Aufladekabel. Das Aufladekabel. So. Dann haben wir den Mitesserentferner. Der ist schon an. Der ist vorgeladen gekommen. Schraubt es so auf. Das sind die Filter. Davon haben wir hier auch noch ein paar. So. Drei verschiedene Aufsätze. Also insgesamt vier mit dem der drauf ist. So. Ich versuche jetzt den mit dem Schleif. Man sieht. Man schleift direkt die Haut ab. Es ist ein bisschen trocken. Es ist Winter. Schleift sie gut ab. Hier sieht man das Gerät. Er hat zwei Stufen. Eine Stufe noch höher. Mhm. Er hält sich gut. So. Zum Vergleich. Zum Vergleich. So. Wenn Sie sich nicht so. Ich bin ein bisschen dran. Und es geht nur ein bisschen mehr. Ich bin ein paar Sachen. Ich bin literally. Ich bin einige.